Dieser Ball hier ist ein Gummiobjekt und jeder von uns weiß, dass es im Einkauf vielleicht ein paar Cent kostet. Lass es einfach 50 Cent kosten. Und das ist der Grund, weshalb viele Händler das vielleicht für 2, 3 Euro verkaufen. Und das ist natürlich verständlich, dass es einfach online nicht profitabel ist, solche Produkte zu verkaufen. Und jetzt lautet die Frage, wie schaffe ich die Kunden davon abzulenken, dass einfach dieses Produkt nicht so das günstige Produkt ist, sondern, dass dieses Produkt für die Menschen ein Problem löst, was sie eigentlich noch gar nicht wahrhaben. Und dass wir das einfach schaffen, wie bestimmte Händler für 14 bis 19 Euro zu verkaufen. Servus, hier ist der Butrus. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus unserem Büro in der Nähe von Stuttgart. Und das ist einer der wichtigsten Elemente übrigens, die einfach dazu bringen oder dazu führen, dass du erfolgreich in dem Online-Handel wirst oder nicht. Daher schau dir unbedingt das Video bis zum Ende an. Fangen wir einfach erstmal damit, diese Geschichte zu beschreiben, dass die meisten Händler einfach nur produktspezifisch verkaufen. Das heißt, sie beschäftigen sich mit dem Produkt und fangen einfach dieses Produkt zu beschreiben, indem sie einfach sagen, okay, das Produkt ist 50, keine Ahnung, 50 Millimeter, oder nehmen wir einfach mal hier 5 Zentimeter, hat ein Durchmesser von 5 Zentimeter, wiegt, keine Ahnung, das ist ein bisschen ein schwerer Ball. Und das ist eigentlich ein Ball, aus welchem Stoff, wie auch immer. Und diese Händler schaffen nicht, irgendein Gefühl bei dem Kunden auszulösen, weshalb er eigentlich von dieser Gummimasse rauskommt, dass er einfach sagt, okay, diese Geschichte, dass das so wenig kostet, interessiert mich nicht. So, und es gibt Leute, die das einfach schaffen. Und wie geht das? Ja, das ist einfach, fangen wir einfach erstmal damit an. Dieser Ball ist eigentlich für viele einfach, so wie ich sage, ein Spielball. Und jetzt müssen wir erstmal reingehen in die Köpfe der Menschen, um einfach zu verstehen, es gibt verschiedene Arten von Kunden. Es gibt Kunden, die das für sich kaufen. Das sind erstmal zum Beispiel junge Menschen, die einfach diesen Ball haben möchten. Aber es gibt auch andere Menschen, die das als Geschenk kaufen. Und es gibt auch Leute, die das für sich kaufen, aber für einen anderen Zweck. Das heißt, bevor wir eigentlich den Ball kaufen, müssen wir erstmal die Zielgruppe verstehen, müssen wir erstmal verstehen, wofür der Ball ist und wie wir das einfach verkaufen. Denn, nehmen wir einfach mal an, das ist ein Ball für Kinder, so einfach so, oder einfach so, Spielball. Da wäre ich nicht bereit dafür, mehr als 2,99 Euro zu bezahlen. Nehmen wir einfach das Gleiche als Antistressball, was ich vielleicht einem gestressten jungen Mann, einem guten Freund verschenke, in einer schönen Verpackung, da wäre ich bereit, 19 Euro dafür zu bezahlen. Nehmen wir das einfach noch, ein weiteres Beispiel zum Beispiel, das wäre einfach der Ball für die Party, damit die Stimmung hier gelockert wird. Schau mal, wie cool der ist. So, und okay, jetzt ist der Ball weg. So, jetzt ist der Ball wieder da. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das alles so zu präsentieren, dass der Kunde versteht, worum es geht, welches Problem er eigentlich hat. Das heißt, wir müssen ein Problembewusstsein bei dem Kunden schaffen, dass er sagt, geil, will ich haben und ich bin bereit dafür, Geld zu bezahlen. Und das geht meistens durch Fotos. Okay, Fotos hin oder her. Es gibt jede Menge Produktfotografen, die einfach Fotos machen, aber sie verstehen nicht, was sie eigentlich machen müssen. Das heißt, sie machen einfach schöne Fotos von dem Ball, aber sie zeigen nicht, was dieser Ball mit uns macht. Jetzt nehmen wir einfach das erste Beispiel mit dem Geschenk. Das heißt, ich verschenke jetzt einer Person einfach diesen Ball. Da muss ich natürlich einfach diese Emotionen, die dieses Gefühl auslösen, dass ich einfach jemandem schenke, der dafür dankbar ist, einfach in den Fotos reinbringe. Jetzt nehmen wir das weitere Beispiel, dass ich sage, okay, ich möchte diesen Ball einfach für die Party, für den Spaß. Da muss ich diese Emotionen genau einfach in diesem Moment zeigen, dass ich einfach Leute zeige, die einfach happy sind, die Spaß haben. Und diese Emotionen muss ich einfach zeigen. Das heißt, im Endeffekt verkaufe ich niemals den Ball. Das ist, was die meisten Händler leider einfach gar nicht kapieren. Die sind irgendwo auf dem Eiffelturm. Sie sprechen ihre Sprache. Sie verstehen gar nicht, was der Kunde will. Und die Frage, die du dir immer stellen musst, ist eigentlich, warum? Das heißt, warum kauft der Kunde das? Es geht ja gar nicht um den Ball. Es geht ja gar nicht einfach darum, ein Ball hier, diese Gummimasse oder was das sein soll. Ich will es einfach gar nicht haben. Es geht darum, okay, ich möchte Spaß haben. Oder ich möchte jemandem was schenken, weil ich ein Geschenk suche. Oder ich habe gerade Stress und ich brauche hier irgendwas, mit dem ich so meinen Stress einfach losbekomme. Das heißt, diese Bedeutung, die muss einfach mal bei den Kunden ankommen, indem du einfach zum Beispiel Vergleichsbilder zeigst. Nehmen wir mal an, gestresster Typ, der ist gestresst, auf einmal nimmt er den Ball. Das heißt, wir machen einfach den gestressten Typ in einem Vergleich. Wir machen einfach links, wie es ihm geht. Und dann durch den magischen Ball, machen wir die rechte Seite, wie der dann gut gelaunt ist und ganz stark durch den Tag geht und positive Energie ausstrahlt und andere Menschen mit seiner positiven Strahlung, sage ich mal, oder Energie ansteckt. Und auf einmal zur Anziehungsperson wird. Das heißt, im Endeffekt, wir haben aus dem Menschen wieder eine Geschichte oder einfach ihm ein Gefühl gegeben, hey, du bist jetzt eine andere Person durch diesen Ball oder durch diese Geschichte einmal mit dem Geschenk, dass wir sagen, okay, du schenkst jemandem was. Das kann für dich einfach so kompliziert gerade klingen, was ich sage. Aber ich frage dich immer bei jedem Produkt, was löst dieses Produkt für Probleme für den Kunden und wie präsentiere ich diese Gefühle, die dabei entstehen, wenn ich einfach mal ein Produkt schenke, nutze. Welches Problem haben die Kunden und welches Problem löst dieses Produkt? Und je größer das Problem, was dein Produkt löst, je größer dieser Bedarf, je größer einfach dieses Bewusstsein zu diesem Problem, was ich habe, desto höherpreisig kannst du dieses Produkt verkaufen. So, das bedeutet im Endeffekt, wenn ich ein Rückengürtel verkaufe, ich verkaufe Rückengürtel, interessiert mich nicht. Aber wenn ich eine schwangere Frau habe und ich weiß, okay, das heißt, ich habe gezielt auf schwangere Frauen gezielt, nach der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft, genauso Zielgruppenkommunikation betreibe und die Zielgruppe zeige in meinen Fotos und genau diese Geschichte einfach in meiner Produktbeschreibung, Produktfotos präsentiere, diese Emotionen, dann werde ich höherpreisig verkaufen, was dich natürlich interessiert. Denn ohne hochpreisig zu verkaufen, wirst du langfristig auf Amazon nicht existieren. Du möchtest ein Unternehmen aufbauen, du möchtest Mitarbeiter einstellen, du möchtest auch die Mitarbeiter bezahlen können, langfristig arbeiten und das geht durch hohe Preise. Die Kunden, ja, glaub mir, es gibt genug Kunden, die bereit sind, für diesen Ball mehr zu bezahlen als die 3, 4 Euro. Ich bin das Beispiel dazu, wenn ich jemandem was schenken möchte, schaue ich mir nicht einfach hier. Das heißt, wenn du mir das für 9 Euro kaufen möchtest, würde ich bei dir nicht kaufen. Ich würde einfach in der Tat das für 19 Euro kaufen, als Geschenk für einen Freund etc. Das ist aber die Frage, wie hast du dich präsentiert? Welchen Selbstbewusstsein hast du in deinen Bildern, sag ich mal, einfach präsentiert, dass der Kunde sagt, okay, ich kaufe das, ich bin dafür, das Ganze zu bezahlen. Weil das Thema von vielen Fotografen, von vielen Händlern nicht verstanden wird, haben wir uns entschieden, dir diesen Service anzubieten. Das heißt, wenn du professionelle Produktfotos benötigst, hast du die Möglichkeit, in der Videobeschreibung einfach deine Anfrage zu schicken. Wir schauen einfach, wo du stehst mit deinen Produktfotos und wie wir deine Produktfotos mit Emotionen, mit Geschichten so versehen, dass du mindestens 20% und mehr an Umsatz erzielen kannst durch bessere Kommunikation, bessere Geschichte und vor allem bessere Conversion. Und das ist übrigens einer der Gründe, weshalb auch die Werbung bei Amazon nicht bei vielen Händlern funktioniert, weil einfach die Leute die Geschichte nicht von den Produkten verstehen. Ich möchte dir noch am Ende eine ganz wichtige Message mitgeben, die du verstehen musst. Jeder Kunde ist egoistisch. Warum ich das sage? Ganz einfach. Wenn wir uns mal anschauen, bei einem Gruppenfoto suchen wir immer unser Foto. Und frag dich immer, warum soll der Kunde das kaufen? Das heißt, der Kunde fragt sich immer, was habe ich davon, dass du mir diesen Ball verkaufst? Und setze dich einfach immer, wie Amazon sagt, Amazon sagt bei einem Meeting, da sitzt Amazon, da lassen sie einen Stuhl leer und das soll der Stuhl von dem Kunde sein. Das heißt, frag, warum soll der Kunde das kaufen? Ich hoffe, dass dir dieses Video einige Einblicke geben konnte, wie du deine Produktfotos gestaltest. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Falls du einen Händler kennst, der unbedingt dieses Video sehen sollte oder einen Kollegen, der unbedingt einfach bessere Fotos, bessere Emotionen, seinen Bildern reinbringen sollte, damit er besser verkauft, dann leite ihm gerne dieses Video weiter. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis dahin, dein Butros Seid. Tschüss. Bis dahin, dein Jungs, bis dahin, dein outlet, nicht weiterkommt, garg, du schmeißt, wieder das roommate. Vielen Dank.